mach mal nichts ich gucke mir das erst mal an also ich könnte da eins hinpacken also das rote dann dahin dann den Knopf schnell drücken das bringt dann dann das was bringt das denn mach mal das bringt der Knopf ach so du schläfst ja sicher warte mal Ball bleibt da wo er ist der Ball soll nicht runterfallen scheiße und wieder mal hast du mich runtergeschubst ich bin schon aus dem Weg gegangen sowas nein du fährst nicht hoch so das blaue wieder da so das rote hier dann gehen wir rubber mhm ja warte die sollen sich erst wieder beruhigen Hallo Tschüss mi 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 das ist doch nicht wahr und jetzt hast du die kugel fallen gelassen die war direkt hinter dir, die hättest du nur schnell einsammeln können du warst ja erstmal geschützt ähm ja warte mal ok dort und da ja so lasst mich in ruhe ihr scheißviecher ich mag euch nicht ok dann opfer ich mich jetzt muss ich erst überlegen was mache ich jetzt am besten ich drücke den Knopf also nein du drückst den Knopf ich drücke den Knopf ok dann mache ich wo muss ich das Portal dann hinpacken ich muss es dann da hinpacken wo du deins jetzt hast genau und das andere nee warte mal du musst den Knopf drücken weil sonst wird es zu knapp bereit? nein warte nein 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 ich drücke den falschen Knopf ich drücke den falschen Knopf ich drücke den falschen Knopf das Portal hin schieß doch scheiße Hilfe wir kriegen es wir kriegen es irgendwann noch hin ich meine jetzt haben wir schon zwei Folgen ungefähr mit dieser Folge hier oh ja ok so kann man es auch machen simpel ähm dort und da diese Geräusche sind komisch äh äh hä 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 ja jawoll ich habe eine Errungenschaft eingefreigeschaltet wie heißt schwarzer Käse nein unerreicht so muss ich jetzt wieder ja ne ähm bleib doch einfach du musst doch schnell genug sein weißt du was ich versuch es jetzt mal geh mal weg ne ne du musst ja das Portal auf und zu machen ach so oi ja gut dann drück Knopf komm zurück komm zurück komm zurück wir hin wir hin wir haben es geschafft Gott sei Dank so jetzt müssen wir nur wieder schnell genug sein wo ist denn jetzt die eine weiße Fläche die ich benutzt habe da leckt mich alle an der Füße ihr doofen Dinger boah welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat jetzt ist er nutzlos tja Gladys Pech gehabt ne ach man diese Aufregung dieser Stress that's Stress Leute that's Stress und ich hab noch nichts mal mehr zu trinken hier was ein kack dann mach wir doch ein Päuschen damit du dir was zu trinken holen kannst ja und mir ist bis jetzt immer noch keine Musik aufgefallen wollte ich auch grad sagen ja ne ja vielleicht im Spiel aber mhm ich riech nichts ist ja keine Nase ja wollte schon sagen gut dann machen wir erstmal hier eine kleine Aufnahmepause ich hole mir was zu trinken genau das ist schon mal ein guter Ansatz für ne Pause bis gleich Leute bis gleich so Pause vorbeizutrinken ist geholt ich mach jetzt nochmal was Spezielles wunderbar ähm klein wenig Musik dabei weil mir die Musik ist ja hier mir überhaupt nicht aufgefallen und es geht los was was müssen wir machen wieder dem ähm Turret ausweichen das das hat gepasst aber ich glaube ich muss jetzt doch leider einmal eben kurz warte mal so weiter geht's also Turrets ausweichen hast du schon ein bisschen vorgearbeitet finde ich gut mhm also man müsste quasi da oben irgendwie durchfallen ja da geht's weiter oder? ach ne da ist eine Plattebauer ne warte oder? ok ok und da hinten müsste man sich hinschleudern lassen aber wie kommen wir da hoch? achso warte ganz einfach ei 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 ich opfer mich einfach mal was hast du vor? mach du mal da heißt die Folge mach du mal 2.0 hier aufwala ich hab dich voll als Schild benutzt testen wir weiter Blue ist wieder da ah ah guck mal da brannte ja noch was mhm kann man nicht einfach warte mal da genau dann eins da irgendwie so prima äh da komm ich aber nicht hin ich müsste während ich da durchfalle da das Ding hinpacken irgendwie so warte 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 scheiß spiel hier warte mal 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 wo ich keine Sperre hinmachen da ne das bringt nichts so ich wollte da nicht durchfallen kann ich da nicht einfach irgendwie so daneben springen irgendwie so und dann werde ich erschossen danke super au ähm wo bin ich denn ach da nein 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 oh mein Gott fall ich schon auf die falsche Seite hier ey ich würde gerne irgendwo noch ein Portal hinpacken ich weiß hab nur keine Ahnung wo ja kann ich überhaupt schießen äh warte warte was muss ich denn da schießen das rote gelbe äh ja rot rot genau ähm tschüss was wo hehehehe hehehehe I'm the boss of the torrents so lebe denn wohl du scheiß Vieh ooooooooh das arme Vieh hast du gut gemacht ich hätte das gerne mitgenommen jetzt das hat sich Spenzen sich hinten aufgelöst ja egal oh äh oh oh der kann nicht schießen das Glas hm kann ich mal aufhören zu schießen Mensch nein warte mal kann ich dich nicht irgendwie runterschubsen mit Hilfe des Dingens da nein kann ich nicht okay okay das bringt auch nix warte warte tiefer genau nein hörst du wohl auf hörst du wohl auf hörst du wohl auf was sieht der mich how nobody ich würde die Dinger gerne runterschmeißen irgendwie ich weiß noch nicht wie hm hm boah ey boah ey juhu also da oben öffnet sich ja was mhm dass man da nochmal was hinschießen kann was das allerdings bringt ist die andere Frage sterb nicht stirb nicht man ey der Bildschirm wird immer roter und roter ist so übel aber die Musik passt so gut ey geil Lauf lauf ok das müssen wir nicht muss man sich da durchschleudern lassen zum Beispiel vielleicht hm vermute vermutlich nee 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 ja da muss einer draufstehen bleiben ah du scheiße was ist ja wenn ich das da so hin packe dann sieht er mich glaub ich nicht mehr oder aber da sieht der andere mich scheiß aber auch hm Das ist zu tief Das ist zu hoch Beide gleichzeitig kriegen wir nicht Hm Warte mal, ich versuch noch mal was Kannst du Den vielleicht ein wenig Beschäftigen sozusagen Dass er nicht auf mich schießt Sondern auf dichtiger Zeit Irgendwie so Ey geil, ich hab's geschafft Guck mal, die schießen beide nicht mehr Boah, ich bin gut Oh nun? Ja Ja Ähm Hey Jetzt hab ich mich doppelt Nee, das geht nicht Jetzt hab ich mich doppelt gehört bei dir Du warst wahrscheinlich laut genug Ja, ich hab mich auch ein bisschen aufgeregt Hm Hm Da kommt, kannst du Nee Was? Du wirst wie Warte mal Okay, pass auf, hinter dir könnte einer sein So Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ich verstehe Das heißt, wenn du jetzt da durchgefallen bist Mhm Ach kacke, das klappt ja nicht, wenn ich jetzt hier runtergehe Ach ne, hat sich erledigt Ja, genau, genau Dann mach du mal Mhm Drück mal den Knopf Ich kann vielleicht einen fangen Was war das denn jetzt? Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen User left your channel Und weg ist er wieder Ah Hat er sich jetzt einfach mal so in die Aufnahme eingeschlichen, der Ecke Also echt Tja Echt, echt, echt Darf nicht wahr sein Ach, den schneid ich raus Den mach ich mute Mhm Das kriegt der nicht mit Äh Ach ja, ich muss ja wieder hier Das da Mhm Dann wieder das da Ich glaub dann sehen sie mich wieder Oder so Ja, das ist zu hoch So Ach, jetzt weiß ich, was passiert ist Die haben mich runtergeschubst, die Dinger Boah, boah, boah 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 Die haben ja auch noch Kraft drauf, Mensch Hm Try again Au, nein Don't try, don't try Ui, 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 ui Oh Du auch? Ich auch Och, Manno Ich hasse Turtles Auch wenn sie es schön singen können am Ende, ne Aber Es sind keine Freunde So, wie bist du damals da Warte, da muss ich mich ja wieder draufstellen Damit du rüberkommst Du musst da Nee, nee, du mach einfach da ein Portal Ja, aber dann hast du die Barriere nicht mehr Dann bist du da drüben Achso Du hast die Barriere nicht mehr Deswegen muss ich mich jetzt auf das Ding da draufstellen Ja, mach mal Boah, jetzt habe ich hier so Musik so Aller Weißer Hai mäßig Weißer Achso, ich muss ja auffangen Achtung Push the button Ei, 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 ei Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen Aber das ist scheiße Der ist rund Der fällt runter Nein, der fällt nicht runter, oder? Fällt er runter? Fällt er runter? Hm Also er dreht sich auf jeden Fall Aber runterfallen tut er irgendwie nicht Dann probier mal den zweiten Ja, drück nochmal bitte Vielleicht scheiße Ah, nee, doof Nee, warte, warte Nein, scheiße Nochmal den nächsten Ich muss den zweiten Ich brauch den, den Oh, hoppala Ich brauch den, den Nein Jawohl 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 Bleibst du drauf? Bleibst du drauf? Holla Oh je Bleibst du drauf, ey Was öffnet sich denn eigentlich? Ähm, dann, dann, dann Da oben, das da Das da Ach, ja, stimmt Ähm Nee, dann sterbe ich Wie bist du vorhin rübergekommen? Achso Komm Ah, da ist ja schon der Ausgang Warte Warte Nein, nein, stopp Zurück, 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 zurück Zurück, zurück, zurück Aber die werden nicht weggeschubst Das ist ja voll wie verarsche Ähm, lauf Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Oh, Gott Oh, Gott What the fuck Wird ihr mit Sicherheit gescheitert Also nochmals Glückwunsch Zur bewältigung der defekten Primitiven Tests Ey, jetzt ernsthaft Hm Ernsthaft Ey, das glaube ich doch jetzt nicht, ne Ich, ich komme zu dir Nein, bleib da Nee, du kommst noch nicht mehr zurück Alter Nein, hör auf zu schießen Bereit? Auch jetzt Lauf, 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 lauf Ich laufe in die falsche Richtung Ich hab mich gedreht Ich hab die Orientierung verloren War ein Kack Ach ja Ey, manchmal Manchmal, ne Da könnt ihr mir ja so in den Arsch treten, ne Kannst du mal aufhören zu schießen, ne Falls wie Nein Oh, Gott So Irgendwas noch mal falsch Wir haben es ja eigentlich gut hingekriegt Ah, ich hab ne Idee Du hast ne Idee? Ich hab ne Idee Oder? Warte Ich warte Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee